Ich muss hier sprayen, den zu machen, oder? Und den drücke ich da. Das ist ein grosser Punkt, ja. Ich rufe mal, dass jetzt irgendwie... In eins fliegt der wieder raus, weisst du. Ich habe das schon zweimal rausgelassen. Das ist ja gar nicht föhlicher. Ich fliege gar nicht. Ja. Kann ich schiessen. Ich nehme die Asse in der Hinterklasse. Das ist kräftig. Wir müssen da hin. Und so nix jetzt direkt hin. Nein, nein. Ich so, du willst nur noch weiter weg von dem hier. Verdammter Wurser.